Boris, jetzt warte noch. Was meinst du denn? Du erklärst jetzt, du isst jetzt Auster, ja? Du darfst das noch nicht machen. Ich hab nie Auster gegessen. Komm, isst doch mal Auster. Ich mach das jetzt und dann schläf ich die einfach. Boah, ist das eklig. Boah, ist das eklig. Also, Jules und Andi, die haben beide noch nie Auster gegessen, ja? Ich find's einfach nur eklig. Komm bitte, wer fängt an, wer fängt an? Okay, Jules fängt an, okay. Da hat man auch seine Augenwimpern hier drin. Als hätte jemand da seine Augenwimpern drin vergessen sollen. Ja, boah, Alter, das sieht so eklig aus. Wenn ich so die Mühe wohne, trotzdem will ich den Tag weggehen, wenn du da bist, dann hab ich mir nie... Als ob du das gerne hättest. So, ich kann's nicht verstehen. Ich find's sowas so eklig. Alter, ja, dann kannst meine auch direkt noch mithaben. Mike, musst du auch drauf verewigen? Ja. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Du findest das lecker? Ist okay. Alter, ne, ich bleib dann bei der Kürbissuppe. Ich warte das. nach hinten. Ich stehe das auf für peach... Komm bitte!